Als Nomaden werden im engeren Sinn Menschen bezeichnet, die aus ökonomischen Gründen eine nicht sesshafte Lebensweise führen. Zumeist bilden die mit der Arbeit zusammenhängenden Wanderbewegungen gleichbleibende Vorgänge, die unter anderem aufgrund extremer klimatische Bedingungen oder dem Folgen von Tierwanderungen notwendig werden, womit der Lebensunterhalt über das ganze Jahr über gesichert werden kann. Die Übertragung des Begriffs auf ganze Gesellschaften ist problematisch. Häufig sind nomadische Gesellschaften nicht homogen, es gibt zum Beispiel auch dauerhafte Dörfer oder zeitweise Sisshaftigkeit in Städten. Überdies wird dadurch die Eigenbegrifflichkeit dieser Ethnien ignoriert. Traditionelle Nomaden sind die Angehörigen unspezialisierter Jäger und Sammler sowie halb oder voll nomadisch lebender Hirten bzw. breiter Völker trockener und kalter Wüsten, Steppen und Tundren sowie der Prärie, in denen dauerhafter Bodenbau keine Perspektive hat. Die hirtennomadische Lebensweise wird im deutschen Sprachraum mit dem Begriff Nomadismus belegt. In vielen anderen europäischen Sprachen wird hingegen nicht differenziert, sodass die korrekte deutsche Übersetzung Nomadentum heißen müsste. Zur deutlicheren Unterscheidung werden im Deutschen bisweilen die Begriffe Hirtennomadismus oder Pastoralnomadismus verwendet. Selten werden auch Wanderfeldbauern als Nomaden bezeichnet, da sie alle drei bis fünf Jahre aus ökonomischen Gründen ihren Wohnort wechseln. Die als fahrendes Volk bezeichneten Vagabunden werden hingegen nicht zu den Nomaden gerechnet, da sie regellos umherziehen und häufig nicht aus ökonomischen, sondern aus kulturellen oder weltanschaulichen Gründen nicht sesshaft sind. Im weiteren Sinn wird das Wort in jüngerer Zeit auch für sogenannte Mietnomaden oder Jobnomaden verwendet, letztere verstanden als Personen, die aus eigener Entscheidung keine dauerhafte berufliche Anstellung anstreben, sondern die Stellung und in Verbindung damit auch den Wohnort häufig wechseln. Stellung der Nomaden in sesshaften Gesellschaften Nomaden waren den Machthabern sesshafter Völker aller Zeiten sehr oft suspekt und wurden nicht selten als Barbaren betrachtet. Aufgrund ihrer mobilen Lebensweise waren sie schwer zu kontrollieren. Sie wechselten immer wieder über Landesgrenzen und entzogen sich jeglichem Einfluss, obwohl sie dennoch häufig freundschaftliche Kontakte zu sesshaften Bauern unterhielten, mit denen sie Güter tauschten. Unabhängig davon wurden sie verfolgt und bekämpft in jeder nur erdenklichen Weise, so dass sie zahlreichen Formen von Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt waren. Hinlänglich bekannt sind in diesem Zusammenhang die Feldzüge gegen die nomadisch lebenden Indianer Nordamerikas. Den Bisonjägern der Plains entzog man in den 1870er Jahren durch die Dezimierung der Büffelherden systematisch die Lebensgrundlage. Solche ethnischen Säuberungen unter Nomadenstämmen sind jedoch ein weltweites Phänomen. So wurden zum Beispiel die wildbeuterisch lebenden San-Süd- und Südwestafrikas von Mitte des 17. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts vernichtet, versklavt oder vertrieben. Auch die Nomaden Nordeuropas, die Samen, blieben nicht von solchen Repressalien verschont. Mit der Ausbreitung des Sozialdarwinismus entstand in Schweden eine rassische Trennung der angeblich primitiven Nomaden von den anderen Schweden. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre vertrat die Regierung die Auffassung, dass man die Samenrasse bevormunden müsse, da sie nicht in der Lage sei eine höhere Kulturstufe einzunehmen. Man beschützte sie der Gestalt, dass man unter anderem sogenannte Nomadenschulen einrichtete, in der die samischen Kinder auf niedrigstem Niveau unterrichtet wurden oder den Samen verbot in richtigen Häusern zu wohnen. Auch heute noch sind Nomaden Defamierungen, Diskriminierungen und sozialer, ökonomischer, politischer und ethnischer Marginalisierung ausgesetzt und in vielen Staaten eine von der Bevölkerungsmehrheit nicht erwünschte Minderheit. Vielfach wird die Bezeichnung Nomade daher abwertend verwendet. Rezeption Das LIFE-Netzwerk ist eine Gruppe von Nichtregierungsorganisationen, die hauptsächlich in Asien und Afrika mit Tierhaltergemeinschaften zusammenarbeitet und sich im Rahmen von internationalen Prozessen bei der Welternährungsbehörde und der Internationalen Konvention zur biologischen Vielfalt für Tierhalterrechte einsetzt. Das LIFE-Netzwerk ist eine Gruppe von Nichtregierungsorganisationen,